ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Also ich mache jetzt mal das. Weil ich denke, du bist das auch. Nein. Also ich kenne niemanden, der unordentlicher ist wie ich. Ja, aber weisst du wieso? Darum habe ich gesagt, dazu möchte ich etwas sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich unordentlicher bin. Aber nein, ich habe nicht das Gefühl, ich bin unordentlich. Ich habe das Gefühl, wir sind gleich. Weil ich habe einfach mehr Sachen. Gut, wir haben immer unser Zimmer Hilfe gemacht. Und eben. Und deine Sachen sind ja auf der anderen Seite des Zimmern. Meine Sachen sind bei der Tür. Und meine Sachen sieht man dann direkt. Wahrscheinlich mehr. Das ist für mich klar. Also für mich eigentlich... Die Sachen sind bei dieser Fotos auf YouTube. Können wir schauen? Ja. Zum Glück bist du. Ja. Meit. Weiss nicht, ich bin einfach du. Darf ich etwas fragen? Haben wir uns für jemals einen Witz von gesehen? Nein, ich weiss, ich habe es. Kannst du es? Ich auch. Okay. Good! Du machst einfach Wischbrüche. Kannst du es singen? Oh mein Gott! Ja, gut. Du hast auf jeden Fall wirklich noch nie singen können. Eben! Weil ich weiss, dass ich gar nicht singen kann. Ich singe die ganze Zeit, wenn ich dusche. Aber ich weiss... Nein, ich habe dich noch nie gehört. Darum kann ich es nicht hören.